Ein libyscher Staatsbürger, der die Bombe für den Lokabi-Anschlag 1988 gebaut haben soll, ist von den USA in Gewahrsam genommen worden. Die schottische Staatsanwaltschaft meldete am Sonntag die Festnahme von Abu Aguila Mohammed Masoud. Dem US-Justizministerium zufolge wird er nun zu einer Anhörung vor einem Gericht in Washington erwartet. Der frühere libysche Geheimagent soll einer der führenden Bombenbauer des einstigen Machthabers Mwamma al-Gaddafi gewesen sein. Unter welchen Umständen Masoud von den USA in Gewahrsam genommen wurde, blieb zunächst unklar. Als vor zwei Jahren gegen ihn in den USA Anklage erhoben wurde, befand er sich in Libyen in Haft, wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung an dem Anschlag auf die Berliner Diskothek Labelle im Jahr 1986, bei dem zwei US-Soldaten und eine türkische Frau starben. Der britische Sender BBC hatte im vergangenen Monat berichtet, Masoud sei von einer libyschen Miliz entführt worden. Ein Sprecher des US-Justizministeriums erklärte, Masoud werde zu einem ersten Termin vor einem Bundesgericht in Washington erwartet. Er nannte kein Datum, sagte aber, dass Einzelheiten in Kürze bekannt gegeben würden. Einem Bericht der New York Times zufolge wurde Masoud von der US-Bundespolizei FBI festgenommen und wird derzeit an die Vereinigten Staaten ausgeliefert. In den USA und Schottland wird seit Jahren gegen Masoud ermittelt. Der Ex-Agent steht im Verdacht, damals die Bombe für den Lockerbie-Anschlag gebaut zu haben. Bei dem Anschlag auf ein US-Passagierflugzeug vor 34 Jahren waren 270 Menschen getötet worden, unter ihnen 190 US-Bürger. Die Maschine der Fluggesellschaft Pan Am war am 21. Dezember 1988 unterwegs von London nach New York, als sie 38 Minuten nach dem Start über der schottischen Kleinstadt Lockerbie explodierte. Bislang wurde nur ein Mensch wegen des Lockerbie-Anschlags verurteilt. 2001 erhielt der frühere libysche Geheimdienstoffizier Abdelbasid Mohammed Al-Megrahi eine lange Haftstrafe, kam aber 2009 aus medizinischen Gründen aus einem schottischen Gefängnis frei und starb 2012 in der libyschen Hauptstadt Tripolis. Bis zu seinem Tod beteuerte er seine Unschuld. Seitens der schottischen Staatsanwaltschaft hieß es nun, sie sei fest entschlossen, zusammen mit der Polizei und in Abstimmung mit den US-Behörden weiter zu ermitteln, um diejenigen vor Gericht zu bringen, die an der Seite von Al-Megrahi gehandelt haben. Die Familien der bei dem Lockerbie-Anschlag getöteten seien darüber informiert worden, dass sich der verdächtige Abu Agila Mohammed Masoud in US-Gewahrsam befinde, sagte ein Sprecher. Die Familien der Opfer dankten den amerikanischen und britischen Strafverfolgungsbehörden. Unsere Angehörigen werden nie vergessen werden und diejenigen, die für ihre Tötung am 21. Dezember 1988 verantwortlich sind, werden vor Gericht gestellt, hieß es in einer Erklärung.